Hallo liebe Freunde, hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver Live. Hier ein weiterer Wunsch von einem Kanalmitglied und zwar ist das die Münchner Rückversicherung. Die ist gewünscht worden mal zu analysieren und auch hier habe ich die Kurse von Google. Das heißt, die kann nicht nur runter bis in den Tagesschart analysieren, aber das machen wir dann halt mal eben. Gehen wir kurz in den Monatschart. Das große Bild sieht wie folgt aus. Hier ist der Superzyklus. Das Ganze fängt jetzt 2000 an, aber der Tiefpunkt, die hat ja bei 260 oder sowas gestartet. Die ging dann aber sehr stark runter. Hier unten ist unser Referenzpunkt, die 0 bei 50,40 hoch in die 1 oben. Hier und zwar war das im Februar 20 bei 283. Da hatte die ein neues, ja noch kein neues Hoch gemacht, ein Zwischenhoch gemacht. Dann 2020 ging es auch direkt wieder runter im März auf 142. Und die Welle 3 erwarte ich in den nächsten Jahren im Bereich 518 Punkten. Und hier wieder die Unterteilung in die 1, 2, 3. Hoppla, hier habe ich mich vertan. So, ist es richtig. Die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und die 5. Und diese Welle 3 hier, die sollte enden, wenn sie 161,8% macht bei 426. Ich gehe mal in den Wochenchart. Da ist die Welle 3 und die entsteht durch diese 1, 2, 3, 4, 5. Wobei die hier aller Voraussicht nach vielleicht noch nicht fertig ist. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist die Achillesferse dieser ganzen Geschichte. Dazu gehe ich mal in den Tagesschart. Diese Welle 2 hat bisher 31,9% gemacht. Da wir aber hier ein neues Hoch gemacht haben, habe ich jetzt erstmal hier die Welle 2 eingebucht. Was aber auch passieren kann ist, dass diese Welle 1 hier nach oben wandert und dann die 2 kommt. Dann würde sich hier natürlich nochmal die 5er, also diese Welle nochmal entsprechend etwas ändern. Das ist noch möglich. Das bedeutet, wir haben hier im Moment unsere MOB-Linie. Wenn wir da drunter gehen, dann ist das ein Indiz dafür, dass diese Welle 1 noch nicht fertig ist. Diese Welle 2, die könnte gut und gerne noch gehen in den Bereich 254, 233 bei 78,6 oder sogar noch darunter bei 220 in diesem Bereich, sobald die nochmal hier gerissen wird, diese Linie. Das müsst ihr, musst du auf jeden Fall berücksichtigen. Wenn wir aber jetzt hier runterkommen von dieser 1 und hier diese 2 machen, dann mache ich auch das Retracement dran. Und wenn wir innerhalb dieser Range bleiben und der Kurs wieder abdreht und wieder ein neues Hoch bildet über diese 1, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass die dann tatsächlich fertig ist. Bleibt aber ein Unsicherheitsfaktor. Also unter der Voraussetzung, dass die Make-or-Break-Linie bei 292 oder 293,50 hier hält, wir kommen ja jetzt, nachdem die 2 abgeschlossen ist hier, steigende Kurse dann wieder in der Welle 3. Und das ist der Zielbereich für die Welle 2. Soweit zur Münchner Rückversicherung. Ich wünsche euch einen schönen Samstag weiterhin der Frank-Schuh von Elia Toewaldal.